Griechenland muss raus aus dem Euro. Damit ist in erster Linie den Griechen geholfen und auch die Eurozone kann endlich aufatmen. Das sind Töne, die man mittlerweile immer häufiger auch aus Deutschland hört. Auch hierzulande befürwortet mittlerweile eine Mehrheit, einen sogenannten Grexit. Doch wie so oft ist auch ein solcher nicht ohne Probleme. Ein Grexit könnte möglicherweise fatale Folgen nach sich ziehen. Welche das sein könnten, genau darüber wollen wir heute sprechen mit Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier aus Stuttgart. Herr Wiedmann, was würde denn ein Euro-Austritt erstmal für Griechenland bedeuten? Also eins vielleicht vorab, das Vertragswerk, das wir im Moment auf dem Tisch haben, lässt einen Zwangsausstieg Griechenland gar nicht zu. Also die anderen Euro-Länder können nicht sagen, Griechen, ihr müsst raus. Also deshalb, man kann die Griechen nicht rauswerfen. Ein Grexit ist denkbar, ganz klar. Nachdem es aber keinerlei Erfahrungswerte gibt, wie so etwas ablaufen würde, muss man sich diesem Thema vielleicht einfach mal schulbuchmäßig nähern. Ein Grexit für Griechenland würde bedeuten, meines Erachtens, dass es eine neue Währung geben muss. Ich sage jetzt einfach mal Drachme 2.0 oder wie auch immer dieses Kind dann heißt. Oder eine Übergangswährung. Diese Übergangswährung würde sofort massiv abwerten gegenüber den bisherigen Währungen. Und insofern würde natürlich der Schuldenstand sich massiv nach oben schnellen. Und Griechenland könnte diese neuen Schulden weder im Moment noch in der Zukunft bedienen. Eine Rücke an den Kapitalmarkt, das ist sicherlich auch nicht möglich. Also für Griechenland ist das eigentlich kein gangbarer Weg. Doch zumindest die Eurozone, also auch wir Steuerzahler, würden doch von einem Austritt Griechenlands am Ende profitieren, oder? Also die Meinung in der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung ist sicherlich so, dass man sagt, so jetzt ist genug. Irgendwann ist Ende Gelände. Wir nehmen die Schettons vom Tisch und lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Schrecken ohne Ende. Für meinen Geschmack ist es aber so, dass auch ein Grexit dieses Problem nicht löst. Griechenland wird dann zum armen Land in Europa. Das kann man sicherlich so nicht hinnehmen. Und deshalb, glaube ich, ist damit die Messe noch nicht gelesen. Also wenn Griechenland rausgeht aus dem Euro, sind die Probleme weiterhin da. Und man muss sich mit dem Thema weiterhin auch in Deutschland beschäftigen. Welche Sekundäreffekte würde ein möglicher Grexit auslösen? Also der Punkt ist sicherlich der, dass natürlich ein Großteil dieser Schulden und dieser Verbindlichkeiten im Moment bei nationalen, supranationalen Einrichtungen liegen. Banken, auch die EZB hat natürlich einiges auf dem Buch. Also sollte es wirklich zum Schnitt kommen oder Griechenland geht raus, man muss diese Verbindlichkeiten dann abschreiben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass eine EZB plötzlich bilanziell unterbilanziert ist. Also man muss dann hochkapitalisieren, das ist sicherlich ein Thema, woher kommt denn dieses Geld. Dann bestimmt auch Kannibalisierungseffekte von Griechenland auf andere Länder am Kapitalmarkt, ist man schnell gnadenlos. Dann sucht man sich den nächsten Schwachen und sagt, so jetzt spekulieren wir da auch mal drauf. Also das ist sicherlich die Büchse der Bandora, die man nicht öffnen sollte. Sie haben die Kannibalisierungseffekte bereits angesprochen. Doch ein möglicher Dominoeffekt ist doch erstmal durch die EZB ausgeschlossen. Whatever it takes. Das hat Herr Draghi gesagt, ganz genau an dieser Aussage wird er sich am Ende des Tages hoffentlich nicht messen lassen müssen, denn für meinen Geschmack lässt sich das nicht stoppen. Ich sehe dann einen Bankrun nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern. Und das wäre sicherlich nicht dieses Szenario, das wir uns hier oder an den Kapitalmarken weltweit wünschen. Eine Einschätzung von Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.